Das Geschäft mit der Angst Große Aufregung im Wald. Es geht das Gerücht um, der Bär hat eine Todesliste. Entschuldige, steht mein Name auf dieser Liste? Ja, hier steht dein Name. Angst und Schrecken überfällt den Hirsch und nach zwei Tagen findet man ihn tot. Unter den Tieren im Wald breitet sich Panik aus. Bin ich auch drauf? Ja, dein Name steht auch drauf. Das trifft das Wildschwein wie ein Stich ins Herz. Zwei Tage später ist es tot. Die Tiere im Wald verzagen. Nur ein kleiner, unbeschwerter Hase wagt sich noch zum Bär. Hey Bär, stehe ich auch auf deiner Liste? Ja, du auch. Sag mal, kannst du mich da auch streichen? Ja klar, kein Problem.